Sie ruht sich aus. Mein Vater arbeitet im Garten. Wir hören den Regen. Das ist ein grünes Blatt. Wir trinken Wasser. Mein Hund bellt. Mein Hund bellt. Sie geht zur Party. Sie geht zur Party. Wir essen Suppe. Mein Freund besucht mich. Mein Freund besucht mich. Wir trinken Kaffee. Wir trinken Kaffee. Wir kaufen Geschenke. Wir kaufen Geschenke. Wir gehen in den Park. Wir gehen in den Park. Wir gehen einkaufen. Wir gehen einkaufen. Sie besucht Oma. Sie besucht Oma. Ich male einen Baum. Ich male einen Baum. Wir essen eine Banane. Wir essen eine Banane. Mein Vater fährt das Auto. Mein Vater fährt das Auto. Mein Vater fährt das Auto. Ich trage ein Kleid. Ich trage ein Kleid. Das ist ein sonniger Tag am Strand. Das ist ein Sonniger Tag am Strand. Er fährt ein Motorrad. Er fährt ein Motorrad. Sie trägt ein modisches Outfit. Das ist ein leckeres Frühstück. Das ist ein leckeres Frühstück. Wir fahren in die Stadt. Wir fahren in die Stadt. Mein Vater kocht ein leckeres Abendessen. Wir haben Spaß. Wir haben Spaß. Er reist nach Paris. Er reist nach Paris. Sie arbeitet im Büro. Sie arbeitet im Büro. Mein Zimmer ist groß. Mein Zimmer ist groß. Wir lernen Deutsch. Wir lernen Deutsch. Sie trägt eine Brille. Sie trägt eine Brille. Ich koche Abendessen. Ich koche Abendessen. Wir gehen spazieren. Wir gehen spazieren. Ich schaue fern. Ich schaue fern. Wir essen Pizza. Wir essen Pizza. Wir essen Pizza. Mein Auto ist schnell. Mein Auto ist schnell. Sie tanzt gerne. Sie tanzt gerne. Das ist ein Geschenk. Das ist ein Geschenk. Wir besuchen Oma. Wir besuchen Oma. Er trägt Turnschuhe. Er trägt Turnschuhe. Sie fährt Fahrrad. Sie fährt Fahrrad. Ich besuche den Arzt. Ich besuche den Arzt. Wir fahren in die Berge. Wir fahren in die Berge. Das ist ein Restaurant. Das ist ein Restaurant. Mein Vater liest die Zeitung. Mein Vater liest die Zeitung. Wir tragen Anzüge. Wir tragen Anzüge. Sie malt Bilder. Sie malt Bilder. Das ist ein Flugzeug. Das ist ein Flugzeug. Das ist ein Flugzeug. Wir machen Picknick. Wir machen Picknick. Mein Bruder isst Schokolade. Mein Bruder isst Schokolade. Sie trinkt Saft. Sie trinkt Saft. Er arbeitet harte. Er arbeitet harte. Sie schläft im Bett. Ich trage Stiefel. Ich trage Stiefel. Wir gehen zum Markt. Mein Onkel raucht. Sie läuft schnell. Er kauft ein Buch. Wir gehen wandern. Wir gehen wandern. Sie trägt eine Mütze. Wir essen Eis. Wir essen Eis. Mein Cousin liest ein Buch. Mein Cousin liest ein Buch. Sie trinkt Tee. Mein Freund besucht mich. Mein Freund besucht mich. Wir sehen Sterne. Wir sehen Sterne. Er malt ein Bild. Er malt ein Bild. Ich spiele am Computer. Ich spiele am Computer. Wir haben Spaß. Wir fliegen ins Ausland. Wir fliegen ins Ausland. Mein Chef ist nett. Mein Chef ist nett. Er ist ein Sandwich. Er ist ein Sandwich. Wir laufen im Park. Wir laufen im Park. Er schwimmt im Park. Er schwimmt im Pool. Er schwimmt im Pool. Das ist ein Zug. Das ist ein Zug. Sie ist eine Banane. Das ist ein neues Auto. Ich trage einen Schal. Ich trage einen Schal. Wir gehen zum Konzert. Wir gehen schwimmen. Ich trage Schuhe. Ich trage Schuhe. Mein Opa ist alt. Sie trinkt Milch. Mein Hund ist klein. Mein Hund ist klein. Sie trägt ein Kleid. Sie trägt ein Kleid. Ich lese ein Buch. Ich lese ein Buch. Ich trinke gerne Tee. Ich trinke gerne Tee. Sie trägt einen Rock zur Hochzeit. Sie trägt einen Rock zur Hochzeit. Sie mag Blumen. Sie mag Blumen. Ich male ein Bild von einem Sonnenuntergang. Ich male ein Bild von einem Sonnenuntergang. Das ist ein komfortables Sofa. Mein Bruder spielt im Garten Fußball. Mein Bruder spielt im Garten Fußball. Wir hören die Hunde in der Nachbarschaft bellen. Wir hören die Hunde in der Nachbarschaft bellen. Sie trägt ein elegantes Kleid zur Feier. Sie trägt ein elegantes Kleid zur Feier. Das ist ein gemütlicher Sessel. Sie ist ein Stück Schokolade. Sie ist ein Stück Schokolade. Das ist ein buntes Bild. Ich trage eine Sonnenbrille im Sommer. Ich trage eine Sonnenbrille im Sommer. Mein Vater hilft mir beim Lernen. Wir gehen spazieren im Park. Wir gehen spazieren im Park. Ich male ein Bild von einem Regenbogen. Ich male ein Bild von einem Regenbogen. Wir hören die Kinder im Garten spielen. Wir hören die Kinder im Garten spielen. Das ist ein Kuchen. Das ist ein köstlicher Kuchen. Sie ist ein Stück Pizza. Sie ist ein Stück Pizza. Ich trage eine Jacke im Herbst. Ich trage eine Jacke im Herbst. Ich male ein Bild von einem Schiff. Ich male ein Bild von einem Schiff. Mein Bruder spielt gerne Basketball. Mein Bruder spielt gerne Basketball. Wir picknicken oft im Park. Wir picknicken oft im Park. Das ist ein interessanter Film im Kino. Ich trage Turnschuhe zum Sport. Mein Freund spielt gerne Schach. Ich male ein Bild von einem Flugzeug. Ich male ein Bild von einem Flugzeug. Mein Hund rennt schnell im Garten. Mein Hund rennt schnell im Garten. Wir gehen ins Restaurant zum Abendessen. Wir gehen ins Restaurant zum Abendessen. Das ist ein gemütliches Zuhause. Wir gehen ins Restaurant zum Abendessen. Wir gehen ins Restaurant zum Abendessen. Wir gehen ins Restaurant zum Abendessen. Sie geht zur Schule. Mein Lehrer ist nett. Sie malt ein Bild. Ich trage eine Krawatte. Wir spielen im Garten. Sie isst gerne Pizza. Das ist ein schönes Bild. Ich lese ein interessantes Buch. Sie trinkt Wasser. Sie trinkt Wasser. Mein Vater arbeitet viel. Mein Vater arbeitet viel. Wir hören Musik. Wir hören Musik. Das ist ein bequemer Stuhl. Das ist ein bequemer Stuhl. Ich spiele gerne Gitarre. Ich spiele gerne Gitarre. Sie besucht Freunde. Sie besucht Freunde. Wir essen Brot. Mein Bruder spielt Fußball. Das ist ein großer Baum. Das ist ein großer Baum. Mein Bruder ist jung. Mein Bruder ist jung. Wir trinken Saft. Wir trinken Saft. Mein Bruder ist jung. Mein Bruder ist jung. Mein Bruder ist groß. Das ist ein langes Buch. Das ist ein langes Buch. Ich male Bilder. Ich male Bilder. Sie tanzt gerne. Sie tanzt gerne. Mein Freund ist nett. Mein Freund ist nett. Wir hören Vögel. Wir hören Vögel. Ich trage eine Mütze. Ich trage eine Mütze. Sie liest Zeitung. Sie liest Zeitung. Mein Hund ist süß. Mein Hund ist süß. Ich trage eine Mütze. Wir gehen ins Kino. Ich fahre Fahrrad. Ich fahre Fahrrad. Wir hören Musik. Wir hören Musik. Wir fahren in die Stadt. Wir fahren in die Stadt. Wir fahren in die Stadt. Mein Bruder lacht. Mein Bruder lacht. Wir spielen im Park. Wir spielen im Park. Das ist ein kurzes Video. Das ist ein kurzes Video. Wir hören laute Musik. Wir hören laute Musik. Wir hören die Stadt. Ich trage eine Brille. Ich trage eine Brille. Sie singt ein Lied. Sie singt ein Lied. Das ist ein kleines Tier. Sie geht zur Schule. Mein Lehrer ist nett. Sie trinkt Milch. Mein Bruder liest ein Buch. Wir machen Fotos. Das ist ein großer See. Ich male gerne Landschaften. Sie besucht den Park. Wir essen Eiscreme. Mein Vater arbeitet hart. Ich trage eine Jacke. Sie isst ein Sandwich. Mein Freund spielt Basketball. Wir gehen angeln. Das ist ein roter Ballon. Das ist ein roter Ballon. Ich male ein Haus. Ich male ein Haus. Sie trinkt Orangensaft. Mein Bruder ist müde. Mein Bruder ist müde. Wir machen Sport. Wir machen Sport. Das ist ein kleines Baby. Das ist ein kleines Baby. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Sie besucht die Schule. Mein Hund schwimmt. Mein Hund schwimmt. Sie isst einen Apfel. Mein Bruder spielt im Garten. Mein Bruder spielt im Garten. Das ist ein schöner Tag. Das ist ein schöner Tag. Das ist ein neues Spiel. Mein Hund bellt fröhlich. Mein Hund bellt fröhlich. Sie besucht ihre Freunde. Er trinkt Milch. Er trinkt Milch. Das ist ein Buch. Das ist ein Buch. Wir gehen ins Kino. Wir gehen ins Kino. Mein Bruder spielt Fußball. Mein Bruder spielt Fußball. Wir arbeiten zusammen. Sie liest eine Zeitschrift. Sie liest eine Zeitschrift. Ich trage einen Pullover. Ich trage einen Pullover. Das ist ein Tisch. Das ist ein Tisch. Das ist ein Tisch. Sie trägt eine Bluse. Ich spiele Gitarre. Ich spiele Gitarre. Er schwimmt im Meer. Er schwimmt im Meer. Das ist ein bunter Ball. Das ist ein bunter Ball. Wir machen Urlaub. Wir machen Urlaub. Sie singt ein Lied. Mein Hund ist klein. Mein Hund ist klein. Wir tragen Hüte. Er macht Hausaufgaben. Sie telefoniert mit ihrer Freundin. Sie ruht sich aus. Mein Vater arbeitet im Garten. Wir hören den Regen. Das ist ein grünes Blatt. Wir trinken Wasser. Wir trinken Wasser. Mein Hund bellt. Mein Hund bellt. Sie geht zur Party. Sie geht zur Party. Wir essen Suppe. Wir essen Suppe. Mein Freund besucht mich. Mein Freund besucht mich. Wir trinken Kaffee. Kaffee. Wir kaufen Geschenke. Wir kaufen Geschenke. Wir kaufen Geschenke. Wir kaufen Geschenke. Wir gehen in den Park. Wir gehen in den Park. Wir gehen einkaufen. Wir gehen einkaufen. Sie besuchen. Sie besucht Oma. Sie besucht Oma. wir machen. Wir machen ein Baum. Ich male einen Baum. Wir machen einen Baum. Sie besucht Oma. Das ist ein sonniger Tag am Strand. Er fährt ein Motorrad. Sie trägt ein modisches Outfit. Das ist ein leckeres Frühstück. Wir fahren in die Stadt. Mein Vater kocht ein leckeres Abendessen. Wir haben Spaß. Wir haben Spaß. Er reist nach Paris. Sie arbeitet im Büro. Mein Zimmer ist groß. Mein Zimmer ist groß. Wir lernen Deutsch. Sie trägt eine Brille. Ich koche Abendessen. Ich koche Abendessen. Wir gehen spazieren. Ich schaue fern. Ich schaue fern. Wir essen Pizza. Wir essen Pizza. Mein Auto ist schnell. Mein Auto ist schnell. Sie tanzt gerne. Sie tanzt gerne. Das ist ein Geschenk. Das ist ein Geschenk. Wir besuchen Oma. Wir besuchen Oma. Er trägt Turnschuhe. Er trägt Turnschuhe. Sie fährt Fahrrad. Sie fährt Fahrrad. Ich besuche den Arzt. Wir fahren in die Berge. Wir fahren in die Berge. Wir fahren in die Berge. Das ist ein Restaurant. Das ist ein Restaurant. Mein Vater liest die Zeitung. Mein Vater liest die Zeitung. Wir tragen Anzüge. Wir tragen Anzüge. Sie malt Bilder. Sie malt Bilder. Das ist ein Flugzeug. Das ist ein Flugzeug. Wir machen Picknick. Wir machen Picknick. Mein Bruder isst Schokolade. Sie trinkt Saft. Er arbeitet hart. Das ist ein Bus. Sie schläft im Bett. Ich trage Stiefel. Wir gehen zum Markt. Mein Onkel raucht. Mein Onkel raucht. Sie läuft schnell. Er kauft ein Buch. Er kauft ein Buch. Wir gehen wandern. Wir gehen wandern. Sie trägt eine Mütze. Sie trägt eine Mütze. Wir essen Eis. Wir essen Eis. Mein Cousin liest ein Buch. Mein Cousin liest ein Buch. Sie trinkt Tee. Mein Freund besucht mich. Mein Freund besucht mich. Wir sehen Sterne. Wir sehen Sterne. Er malt ein Bild. Er malt ein Bild. Ich spiele am Computer. Ich spiele am Computer. Wir haben Spaß. Wir haben Spaß. Wir fliegen ins Ausland. Wir fliegen ins Ausland. Mein Chef ist nett. Mein Chef ist nett. Er isst ein Sandwich. Wir isst ein Sandwich. Wir laufen im Park. Wir laufen im Park. Er schwimmt im Pool. Er schwimmt im Pool. Das ist ein Zug. Das ist ein Zug. Sie ist eine Banane. Das ist ein neues Auto. Ich trage einen Schal. Ich trage einen Schal. Wir gehen zum Konzert. Wir gehen zum Konzert. Wir gehen schwimmen. Ich trage Schuhe. Ich trage Schuhe. Mein Opa ist alt. Sie trinkt Milch. Sie trinkt Milch. Mein Hund ist klein. Mein Hund ist klein. Sie trägt ein Kleid. Sie trägt ein Kleid. Ich lese ein Buch. Ich lese ein Buch. Ich trinke gerne Tee. Ich trinke gerne Tee. Sie trägt einen Rock zur Hochzeit. Sie trägt einen Rock zur Hochzeit. Sie mag Blumen. Sie mag Blumen. Ich male ein Bild von einem Sonnenuntergang. Ich male ein Bild von einem Sonnenuntergang. Das ist ein komfortables Sofa. Mein Bruder spielt im Garten Fußball. Mein Bruder spielt im Garten Fußball. Wir hören die Hunde in der Nachbarschaft bellen. Wir hören die Hunde in der Nachbarschaft bellen. Sie trägt ein elegantes Kleid zur Feier. Sie trägt ein elegantes Kleid zur Feier. Das ist ein gemütlicher Sessel. Sie ist ein Stück Schokolade. Sie ist ein Stück Schokolade. Das ist ein buntes Bild. Ich trage eine Sonnenbrille im Sommer. Ich trage eine Sonnenbrille im Sommer. Mein Vater hilft mir beim Lernen. Wir gehen spazieren im Park. Wir gehen spazieren im Park. Ich male ein Bild von einem Regenbogen. Ich male ein Bild von einem Regenbogen. Wir hören die Kinder im Garten spielen. Wir hören die Kinder im Garten spielen. Das ist ein köstlicher Kuchen. Das ist ein köstlicher Kuchen. Sie ist ein Stück Pizza. Sie ist ein Stück Pizza. Ich trage eine Jacke im Herbst. Ich trage eine Jacke im Herbst. Ich male ein Bild von einem Schiff. Mein Bruder spielt gerne Basketball. Wir picknicken oft im Park. Wir picknicken oft im Park. Das ist ein interessanter Film im Kino. Ich trage Turnschuhe zum Sport. Ich trage Turnschuhe zum Sport. Mein Freund spielt gerne Schach. Mein Freund spielt gerne Schach. Ich male ein Bild von einem Flugzeug. Mein Hund rennt schnell im Garten. Mein Hund rennt schnell im Garten. Wir gehen ins Restaurant zum Abendessen. Wir gehen ins Restaurant zum Abendessen. Das ist ein gemütliches Zuhause. Wir gehen oft spazieren. Wir gehen oft spazieren. Sie geht zur Schule. Sie geht zur Schule. Mein Lehrer ist nett. Mein Lehrer ist nett. Sie malt ein Bild. Sie malt ein Bild. Ich trage eine Krawatte. Ich trage eine Krawatte. Wir spielen im Garten. Wir spielen im Garten. Sie isst gerne Pizza. Das ist ein schönes Bild. Das ist ein schönes Bild. Ich lese ein interessantes Buch. Ich lese ein interessantes Buch. Sie trinkt Wasser. Sie trinkt Wasser. Mein Vater arbeitet viel. Mein Vater arbeitet viel. Wir hören Musik. Wir hören Musik. Das ist ein bequemer Stuhl. Das ist ein bequemer Stuhl. Ich spiele gerne Gitarre. Ich spiele gerne Gitarre. Sie besucht Freunde. Sie besucht Freunde. Wir essen Brot. Wir essen Brot. Mein Bruder spielt Fußball. Mein Bruder spielt Fußball. Das ist ein großer Baum. Das ist ein großer Baum. Mein Bruder ist jung. Wir trinken Saft. Wir trinken Saft. Mein Vater ist groß. Mein Vater ist groß. Das ist ein langes Buch. Das ist ein langes Buch. Ich male Bilder. Ich male Bilder. Ich male Bilder. Sie tanzt gerne. Sie tanzt gerne. Mein Freund ist nett. Mein Freund ist nett. Wir hören Vögel. Wir hören Vögel. Ich trage eine Mütze. Ich trage eine Mütze. Sie liest Zeitung. Sie liest Zeitung. Mein Hund ist süß. Mein Hund ist süß. Wir gehen ins Kino. Wir gehen ins Kino. Ich fahre Fahrrad. Ich fahre Fahrrad. Wir hören Musik. Wir hören Musik. Wir fahren in die Stadt. Mein Bruder lacht. Mein Bruder lacht. Wir spielen im Park. Wir spielen im Park. Das ist ein kurzes Video. Das ist ein kurzes Video. Wir hören laute Musik. Wir hören laute Musik. Ich trage eine Brille. Ich trage eine Brille. Sie singt ein Lied. Wir essen Kuchen. Wir essen Kuchen. Das ist ein kleines Tier. Das ist ein kleines Tier. Sie geht zur Schule. Mein Lehrer ist nett. Sie trinkt Milch. Sie trinkt Milch. Mein Bruder liest ein Buch. Mein Bruder liest ein Buch. Wir machen Fotos. Wir machen Fotos. Das ist ein großer See. Das ist ein großer See. Ich male gerne Landschaften. Ich male gerne Landschaften. Sie besucht den Park. Sie besucht den Park. Wir essen Eiscreme. Wir essen Eiscreme. Mein Vater arbeitet hart. Mein Vater arbeitet hart. Ich trage eine Jacke. Ich trage eine Jacke. Sie isst ein Sandwich. Sie isst ein Sandwich. Mein Freund spielt Basketball. Mein Freund spielt Basketball. Wir gehen angeln. Wir gehen angeln. Das ist ein roter Ballon. Das ist ein roter Ballon. Ich male ein Haus. Ich male ein Haus. Sie trinkt Orangensaft. Sie trinkt Orangensaft. Mein Bruder ist müde. Mein Bruder ist müde. Wir machen Sport. Wir machen Sport. Das ist ein kleines Baby. Das ist ein kleines Baby. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Sie besucht die Schule. Mein Hund schwimmt. Mein Hund schwimmt. Sie isst einen Apfel. Mein Bruder spielt im Garten. Mein Bruder spielt im Garten. Das ist ein schöner Tag. Das ist ein schöner Tag. Das ist ein neues Spiel. Das ist ein neues Spiel. Mein Hund bellt fröhlich. Mein Hund bellt fröhlich. Sie besucht ihre Freunde. Sie besucht ihre Freunde. Er trinkt Milch. Er trinkt Milch. Das ist ein Buch. Das ist ein Buch. Wir gehen ins Kino. Wir gehen ins Kino. Mein Bruder spielt Fußball. Mein Bruder spielt Fußball. Wir arbeiten zusammen. Sie liest eine Zeitschrift. Sie liest eine Zeitschrift. Ich trage einen Pullover. Ich trage einen Pullover. Das ist ein Tisch. Das ist ein Tisch. Mein Vater fährt das Auto. Mein Vater fährt das Auto. Wir trinken Wasser. Wasser. Wir trinken Wasser. Sie trägt eine Bluse. Sie trägt eine Bluse. Ich spiele Gitarre. Ich spiele Gitarre. Er schwimmt im Meer. Er schwimmt im Meer. Das ist ein bunter Ball. Das ist ein bunter Ball. Wir machen Urlaub. Wir machen Urlaub. Sie singt ein Lied. Sie singt ein Lied. Mein Hund ist klein. Mein Hund ist klein. Wir tragen Hüte. Er macht Hausaufgaben. Sie telefoniert mit ihrer Freundin. Sie telefoniert mit ihrer Freundin. Das ist ein Lied. Das ist ein Lied. Vielen Dank.